Was geht ab Leute? Ich steh endlich wieder vor der Linse. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Berchtesgaden in Bayern und drehen die erste Single mit All Caps zu Alles was du brauchst. Ich freue mich, ich habe lange darauf gewartet, das Alpo ist endlich fertig. Wir machen jetzt hier gerade irgendwo Pause. Ich habe wichtige Nahrung dabei. Was geht ab? Wir sind jetzt angekommen. Wann sind wir losgefahren? Um 7 Uhr? Um 7 Uhr. Wir haben es jetzt gleich halb vier. Das wird eine kurze Nacht. Wir trinken auch heißen Kaffee. Spaßes Whisky. Die Nacht wird kurz um 8 Uhr ist das Frühstück und dann wird hart gedreht und wenn ich den Kameramann angucke, der sieht auch schon ziemlich glücklich aus. Aber es wird cool. Wir freuen uns. Wir haben das vorhin eingecheckt. Hier. 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 Ja, gerade ein paar Szenen abgedreht, ein paar Fotos fürs Cover geschossen. Ja, mal gucken, was wieder so ergibt, wie er dreht. Ja, Mann, Alter. Dariq, ich muss mich konzentrieren. Ok, wir kommen weiter. Ich gehe wieder gleich. Guckt euch das mal, Alter. Wie besantisch Gotteswerke sind, Alter. Richtig Hammer, Alter. Oder und? Du siehst kaum die Häuser, Alter. Ok. Der Wald die Häuser wird ausgebildet. Nee, aber auf die Höhenstaltz. Sie sehen uns immer wieder verrückt. Wir beginnen mit Using Sachen zu verteilen. Ja, ich bin die Steine. Ja, ich bin die Heu-Hei-Hei. Ich bin ehrlich gerade ein bisschen überwältigt, weil ich sowas noch nie in meinem Leben gesehen habe, außer Breton oder so ein Scheiß. Ich kenne das mal an, es ist schön. Oh, sehr hoch. Oh, sehr hoch. Ich wunderschön guten Morgen. Wir haben es jetzt 20 vor 11, wir haben heute einen echt sonnigen Tag, wir checken jetzt gerade aus und dann fahren wir zum Königssee und drehen dort die, denke ich mal, die restlichen Szenen und dann war es jetzt auch mit dem Videodreh immer sehr, sehr schön, war auch noch was Neues, auch die Berge zu sehen, ich meine, das ist sowas noch nie gesehen und ja, seid gespannt, mit einem wunderschönes Video. Ist ja gut dabei, Making of, das habe ich jetzt bestimmt schon vier, fünfmal gesagt, aber trotzdem, naja, hält es besser. Ich meine, so am Stehen, Alter, so wie der Nebel auch so aufsteigt und die Berge wird aber zu filmen. Okay. wir drehen jetzt die letzten szenen und zwar da ganz oben gefahren mit der gondel hoch ich weiß nicht ob ihr das irgendwo sehen könnt da und drehen die letzten szenen wir fahren jetzt mit darik und das ist eine geile langstrecke mal wie viel meter sind das 1.870 bis der bescheid mein ticket günstiger gewesen weil ich nur hoch fahren möchte wird schon lustig dort oben zu drehen was man nicht alles tut unter uns fahren sie ski ja mal wie schon lustig rysika zuwizieren rysika zuwizieren rysika zuwizieren rysika 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 nach draußen rips rysika 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 Dynamis Album 2020, erstes Single des Albums, komplett neue Joke HD, komplett neue Sounds. Deswegen hat es noch alles so eine hohe Bedeutung für mich. Und ich hoffe, das teilt sich alles aus. Bis zum nächsten Mal.